Jagen weltweit präsentiert Abenteuer Afrika Teil 3 Namibia Auf Hartebeest, Oryx, Damara, Dickdick und mehr Im dritten Teil der Abenteuer Afrika Serie begleitet Jagdfilmer Patrick Kastner den Berufsjäger und Piloten Werner von Seidlitz zu Land und in der Luft im wunderschönen Namibia Namibia erfreut sich nicht nur bei deutschsprachigen Jägern großer Beliebtheit Auch international hat sich dieses dünn besiedelte Jagdland einen hervorragenden Ruf erarbeitet So reist ein amerikanischer Jäger speziell für die Jagd auf das exklusive Damara-Dickdick an das zu den kleinsten Antilopen Afrikas gehört, für die es nur wenige Lizenzen gibt Auch eine Gruppe schwedischer Jäger zieht es nach Namibia Auf ihrer Safari jagen sie mit Werner auf Flugwild, Bergzebra, Oryx, Kuhantilope, Weißschwanzgnu und Rappenantilope Sieben Erlegungen auf spannenden Pirschgängen zeichnen ein stimmungsvolles Bild des im Mai herrlich grünen Südwestafrikas, wie so viele Jäger es kennen und lieben Ein weiterer Film des bekannten Jagdfilmers und Berufsjägers Patrick Kastner aus der Jagen Weltweit Serie Bestellen Sie die Jagen Weltweit DVD Nummer 44, Abenteuer Afrika Teil 3, Namibia auf Hartebeest, Oryx, Damara-Dickdick und mehr mit einer Laufzeit von 60 Minuten in Deutschland per E-Mail unter kundenservice.shop at paulparei.de oder telefonisch über die Bestellhotline in Deutschland unter 026 04 978 777 In Österreich per E-Mail unter pk.productions at r-line.at oder telefonisch in Österreich unter 06 60 49 77 124